Teploronius rusticus, mit Stil aus der Chippen-Stil-Area. So, dann eine, hat keiner verstanden, dann, Chippendale, eine Feuerfackel aus Konstantinopel, getränkt mit Rachen Speichel, die wenigsten wissen, dass es vom Haustrach liegt. Ein Hühnerei, so frage ich euch, Volk, ein Landei oder ein Stadei? Landei, Abstimmung, Landei, Hand hoch, runter, Stadei, ja, das sind weniger. Dieses kommt aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Schleswig-Holstein, Hand hoch, Meckfommern, ist einer weniger. Euch kann man viel erzählen, denn auf dem I steht NL, Niedlich. An dieser Stelle, da müsst ihr euch einen Feuerstein zuwerfen lassen, aus dem Volke. Weißt du, was ein Einwegfeuerstein ist? Man lehrt nicht aus, nicht? Du musst ja auch was mitbringen. Ach, äh, nein. Ein, die linke Hand, Klubblase nach unten, Stempel nach vorne, Omelette, Rolette. Nichts geht mehr. Das war's noch nicht, ne? Das mach ich nur, um das Eier an euch zu gewöhnen. Come on, Tiger. Das bin ich manchmal. Boah, ihr hättet mal sehen sollen, wie meine Küche aussah, als ich das zum ersten Mal probiert habe. Tausmal probiert, tausmal ist nichts passiert. Acht, sieben, da kommt es nicht. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Normalerweise lasse ich nichts anbrennen. Manchmal kriege ich aber auch gar nichts gebacken, ne?